Wie wäre es mal mit einem Update zu den laufenden Let's Plays und zu kommenden Projekten? Tja, kann ich euch bieten in diesem Video. Und dazu schalten wir mal rüber hier in die Liste. Also ganz kurz zur Info, neu angefangen habe ich ja jetzt mit Injustice 2. Das war eher überraschend. Also Warner Brothers hatte mir eine Version halt auf Arbeit einfach zugeschickt gehabt. Und ich bin ja kein Fighting-Game-Fan in irgendeiner Weise, aber Michi hat immer so von Injustice geschwärmt. Und dann habe ich gedacht, ja, probierst du es mal aus? Habe ich es halt abends mal reingeschmissen und ausprobiert. Und es ist so unglaublich geil, dass ich dann dachte, ja gut, okay, dann müssen wir ein Let's Play machen. Also da führt kein Weg dran vorbei. Da habe ich auch schon jede Menge Folgen im Kasten. Also das ist gar kein Problem. Das wird jetzt einfach durchlaufen. Darunter sehen wir Nier. Das hatte ja jetzt ein paar Tage Pause gehabt, aber das geht jetzt auch relativ normal weiter. Ich habe auch schon wieder jede Menge Folgen aufgenommen. Und das ist immer noch fantastisch, 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 fantastisch. So ein tolles Spiel. Da drunter sehen wir jetzt hier Sniper. Da ist auch für bis weit in die übernächste Woche hinein ist da genug Material da. Es ist großer, großer Blödsinn. Aber es ist so ein großer Blödsinn, dass es schon wieder Spaß macht. Also da kommen ein paar Story-Szenen. Also die sind so unfassbar beschissen auf Deutsch, vertorend und übersetzt. Es ist Gold. Es ist einfach nur, es ist Gold. Es ist einfach nur Gold. Fantastisch. Spielerisch macht es mir aber durchaus Spaß. Also da kann man echt nichts sagen, aber es ist wirklich, also Wahnsinn. Aber ich mag ja, ich mag ja, ich habe ein Herz für so eine Art von Spielen. Von daher spiele ich das auch gerne weiter. Spielt sich auch einfach gut weg. Also ich glaube, ich bin da aktuell so im letzten Drittel. Also wahnsinnig viel passiert nicht mehr, aber es macht einfach Spaß, wenn man da mal irgendwie dran sitzt. Das ist auch nicht, nervt auch nicht. Dann haben wir Mass Effect. Mass Effect habe ich jetzt auch noch auf Wochen hinaus mal an einem Wochenende einfach aufgenommen, angefangen zu spielen und irgendwie nicht mehr aufgehört. Und dann gemerkt, hey, ist ja 7 Uhr morgens. Dann machen wir jetzt mal ein Päuschen. Aber dadurch gibt es halt mehr als genug Folgen. Also ich glaube, ich habe irgendwie bis über Folge 50. Und bin trotzdem irgendwie, kratze immer noch an der Oberfläche. Es macht aber Spaß. Also trotz der ganzen Mängel und trotz der ganzen Schwächen, die das Ding hat, mir macht es einfach Spaß. Also ich mag einfach die Welt, das Rumlaufen und so. Das ist schon irgendwie cool. Dann haben wir The Search. The Search ist, ich gehe mal hier ein bisschen weiter runter. The Search läuft auch ganz normal weiter. Da habe ich mehr als genug Material. Ich spiele das auch immer noch regelmäßig und macht auch wirklich sehr, sehr viel Spaß. Dreh ab und zu zwischendurch mal. Das zeige ich dann nicht. So kleine Grindrunden, um mich ein bisschen hochzuleveln. Und auch die machen mir wahnsinnigen Spaß. Also von daher, das wird einfach ganz normal durchgehen. Wenn jetzt nicht irgendwie eine Episode kommt, wo ich dann an irgendeiner Stelle gar nicht mehr weiterkomme. Aber das glaube ich nicht. Also ich glaube, das wird schon hinhauen. Also The Search wird ganz normal weiterlaufen. Mit Prey hatte ich ja schon mal ein extra Video gemacht. Da habe ich halt die Probleme jetzt Folge 11 bis 15 sind ohne Spielsound. Also mein Voice-Over, meine Stimme ist da. Aber Spielsound ist aus irgendeinem Grund nicht da. Da warte ich jetzt gerade noch drauf, wie eure Kommentare so sind. Ob ich das nochmal neu aufnehme oder nicht. Aber da geht es auch ganz normal weiter. Denn die Zeit nehme ich mir für Prey. Das finde ich einfach super. Und das ist ja auch verhältnismäßig überschaubar. Klar, es ist schon groß, aber es ist ein bisschen überschaubarer. Genau. Dann haben wir laufend gerade noch das Ghost Week in Wildlands. Sobald ich mal Zeit habe, mit dem Franz zusammen wieder Aufnahmen zu machen, werden wir das auch machen. Jetzt theoretisch hätten wir am Sonntag aufnehmen können. Aber da konnte ich jetzt einfach mal nicht. Ich habe mal teilweise so Sachen ausprobiert. Mir ist der Name. Das ging irgendwie mit P los. Irgendwas mit Privatleben. Privates Leben. Irgendwas in der Richtung. Habe ich mal ausprobiert. Ist ganz interessant. Ist ganz interessant. Kann man mal ab und zu mal machen. Deshalb konnte ich mit dem Franz nicht zusammen spielen. War ein Experiment. Da geht es aber weiter mit der Narko Road und dem ganz normalen Hauptspiel. Also da haben wir auch immer noch Lust drauf. Da steht dem nichts im Weg. Und wer da der Story folgt, hat bei uns eh verloren. Von daher ist das so ein... Wenn wir mal zusammenkommen, spielen wir das Spiel. So viel also ein bisschen zu den laufenden Projekten. Ich schaue gerade mal, ob ich noch irgendwas offen hatte. Welche Sachen nicht weiterlaufen. Und so hatte ich ja in einem anderen Video schon mal ein bisschen erklärt. Oder je nachdem, in welcher Reihenfolge ich diese Videos jetzt veröffentliche, ist da noch das mit drin. Genau. Und dann mal ein bisschen so ein kleiner Ausblick, was so ansteht. Was ich noch auf meiner To-Do-Liste habe. Ich kann nicht versprechen, dass die ganzen Sachen immer komplett durchgespielt werden. Aber sie sind zumindest da und ich würde sie halt gerne mir anschauen. Und sie sind vor allen Dingen, auch was ganz Angenehmes, sie sind ein bisschen überschaubar. Also da hätten wir halt dann für die nahe Zukunft solche Projekte wie das Little Nightmares. Das ist jetzt schon ein bisschen raus, aber ist nicht allzu groß. Es geht um so eine kleine gelbe Figur, so ein kleines bisschen Horrorspiel. Ich habe die PS4-Version mal ein bisschen angefangen und fand es wirklich stimmungsvoll. Fand es echt sehr, sehr nett. Von daher, das würde mal irgendwie dazwischen geknallt werden. Inner Chains weiß ich nicht genau. Ich habe die Version da, ob ich es spüre oder nicht. Es sieht irgendwie sehr cool aus, aber das Gameplay könnte Mist sein. Die Steam-Bewertungen sind auch ganz schön durchwachsen. Vielleicht gucke ich einfach nur ein bisschen rein und mache es dann aber nicht zu einem klassischen Let's Play. Das gleiche gilt für Impact Winter. Da habe ich auch die Version da. Ja, das ist so ein bisschen Survivor, aber durchaus mit Story-Elementen, aber ein Singleplayer-Survivor-Spiel. Und das sieht ganz nett aus. Das würde ich einfach mal ausprobieren. Also das probiere ich mal aus, ob das was taugt oder nicht. Wird wahrscheinlich kein klassisches Let's Play werden. Dann kommt eine völlige Schwachsinn-Geschichte, aber eine, auf die ich unfassbar Bock habe. Denn Vanquished haben wir ja natürlich eigentlich schon als Let's Play bei GameTube gemacht. Aber es kommt jetzt nochmal für den PC und ich will es einfach in einer hohen Auflösung nochmal sehen. Richtig schön mit Anti-Aliasing drauf. Und ich hatte so einen Spaß mit dem Vanquish. Ich fand das so irre geil. So ein geiles Actionspiel. Es ist auch super kurz. Also das kann man ja an einem Abend wegspielen. Also von daher, die PC-Version von Vanquish ist mir egal, was darunter leiden muss. Und dann schlafe ich halt gar nicht mehr. Das ist fuck it. Aber das ist so cool. Da habe ich so einen Bock drauf. Das steht also auf jeden Fall an. Dann noch ein kleines Projekt für eher so ein bisschen, was jetzt nicht direkt in den nächsten Wochen ansteht, aber demnächst irgendwann mal. Das Sexy Brutal. Da geht es um so Mordgeschichten im Casino und so ein bisschen so täglich grüßt das Mobeltier von der Gameplay-Mechanik her. Da habe ich die Version mal angefangen und das ist sehr, sehr cool. Also es hat vielleicht nicht so wahnsinnig viel Schauwert, aber das ist sehr stimmungsvoll, sehr nett von den Rätseln her gemacht. Also richtig, richtig cool, auch wenn es jetzt nicht so spektakulär aussieht. Es ist wirklich ein sehr charmantes Spiel. Und ich habe ein bisschen quer gelesen, was bei Steam so ein bisschen zu den Story-Erklärungen kam. Und wenn ich es richtig verstanden habe, steckt da mehr Geschichte drin, als man am Anfang vielleicht glauben würde. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ist aber was, was jetzt irgendwann in den nächsten Wochen, also ist ja so ein Sommerprojekt, jetzt nichts wahnsinnig Aktuelles. Dann Farpoint. Das ist ein VR-Playstation 4-Ego-Shooter. Ist nicht sehr umfangreich, soll aber recht cool sein. Also die Kollegen haben sehr davon geschwärmt und ist eins der wenigen VR-Spiele, die überhaupt noch so kommen. Zumindest für die Playstation VR. Und da ist auch, schade, jetzt ist es gerade nicht in den Griff weiter, aber da ist so eine Lightgun-ähnliche Geschichte dabei. Die habe ich mir auch mal ausgeliehen aus der Redaktion und die würde ich total gerne ausprobieren. Von daher werden wir das auf jeden Fall machen. Das mache ich vielleicht sogar heute, nehme ich vielleicht sogar heute Abend noch auf. Habe ich echt Bock drauf, weil ich meine, Herrgott, ist ein Sci-Fi-Shooter. Also als ob ich den nicht spielen würde. Da könnte allerdings ein bisschen schwierig werden, denn es gibt auch so Spinnen. Skyline Plugs habe ich die Testversion ausprobiert. Finde es sehr, sehr charmant, aber ich glaube, ich schaffe es nicht, da Zeit für zu finden. Und ich tippe darauf, dass es auch niemanden interessiert, denn das interessiert auch niemanden. Aber es ist ein bisschen wie Ratchet und Clank. Auch ein bisschen wie Yooka-Laylee. Ich finde es aber ehrlich gesagt sogar besser als Yooka-Laylee. Ist nicht ganz so umfangreich, aber es ist irgendwie technisch besser. In seinem ganzen Flow finde ich es besser, aber vielleicht, wenn ich mal ein bisschen Zeit zwischendurch finde. Dann haben wir Perception. Das ist ein ganz interessantes Projekt. Das ist allerdings was, was ich hoffentlich zusammen mit Michi auf dem GameTube-Kanal machen kann, wenn er Zeit hat. Denn da hätte ich wirklich Lust drauf. Das ist so ein Horrorspiel, wo man ein blindes Mädchen spielt. Und ähnlich wie in Daredevil sieht man seine Umgebung anhand des Schalls. Man hat dann halt so einen Blindenstock und kann auf den Boden schlagen. Und die Schallwellen zeigen einem dann, wo da Sachen sind. Ich habe die Version da und auch schon ein bisschen ausprobiert und fand es jetzt am Anfang echt cool. Also echt cool gemacht. Vielleicht jetzt nicht irgendwie so ein totales Juwel wie in What Remains of Edith Finch. Auch wenn das natürlich kein Horrorspiel ist. Aber schon erschreckend und interessant und nimmt einen schon mit. Dann haben wir nächste Woche Get Even. Auch da habe ich die Version schon da, kann es aber noch nicht benutzen. Das ist ein Projekt, das ich überhaupt nicht so richtig einschätzen kann. Ist das jetzt ein Ego-Shooter? Ist das ein Erkundungsshooter? Ist das ein Horrorspiel? Ist das ein Story-Spiel? Es ist auf jeden Fall was aus der Ego-Perspektive. Es gab damals ganz spektakuläre erste Bilder. So sieht das fertige Spiel dann doch nicht aus. Da sind wir, glaube ich, ein ganzes Eckchen von weit entfernt. Aber es hat so einen Mystery-Faktor. Und ich finde es ziemlich spannend. Das kommt irgendwann nächste Woche raus. Und ich werde zumindest mal anfangen und ein bisschen reinschauen. Und wenn es gut ist, dann mache ich auch ein Let's Play dazu. Wenn es einen guten Eindruck macht. Ansonsten haben wir noch Rhyme, was demnächst rauskommt. Jetzt gerade so diese nächste Woche, also die letzte Mai-Woche oder die letzten Mai-Tage, die sind noch wahnsinnig vollgeknallt mit Projekten. Viele davon werden dann in den Juni reinrutschen. Weil im Juni kommt dann so gut wie nichts mehr. Also Juni ist echt totale Flaute. Also da ist so gut wie nichts los. Rhyme kann ich gar nicht einschätzen. Da muss ich mal warten, was die Kollegen sagen im Test. Ob das nur nett aussieht. Ob das vom Gameplay auch cool ist. Ob das einfach was taugt als Spiel. Da mache ich mich mal schlau. Frage, was die Tester dazu sagen. Und dann je nachdem, wenn das cool ist und auch vielleicht nicht so umfangreich. Dann könnten wir es ja auch spielen. Viele von den Projekten sage ich übrigens auch, falls sich jemand findet bei GameTube, der das spielen würde, dann sehen wir das eher bei GameTube. Wenn nicht, dann sehen wir es halt hier. Und ansonsten haben wir noch Everspace. Und da habe ich jetzt auch schon die finale Version da. Da drehe ich auf jeden Fall mal ein paar Runden. Einfach nur mal zum Gucken. Weil das habe ich jetzt gerne begleitet. Das Everspace-Spiel. Ich mag Weltraumspiele. Und ich bin jetzt einfach ein bisschen gespannt. Okay, wie ist denn so die finale Version? Was ist da so los? Von daher Everspace auf jeden Fall. Nächste Woche haben wir ein paar Folgen. Die Zeit nehme ich mir. Und das Schöne daran ist ja Roguelike. Im klassischen Sinne durchspielen ist da schwer zu sagen. Aber man hat zumindest immer wieder Überraschungen drin. Da bin ich schon ein bisschen geil drauf. Das würde ich auf jeden Fall ausprobieren. Das war mal so ein kleiner, grober Einblick, was so demnächst an Titeln ansteht. Ich hoffe, das hat jetzt hier halbwegs gepasst, dass man das mit den Bildern immer so ein bisschen sehen konnte. Aber das sind so die Sachen, die sehr wahrscheinlich auf dem Kanal stattfinden werden. Welche Sachen eben nicht mehr stattfinden werden, haben wir ja in einem anderen Video noch ein bisschen angesprochen. Das ist so ein bisschen das, was jetzt in den nächsten ein, zwei Monaten passiert. Und ja, so viel zum Update. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr vielleicht besonders gerne sehen wollt. Dann kann ich mich auch daran ein bisschen orientieren, was ihr vielleicht unbedingt gar nicht sehen wollt. Obwohl ich da gestehen muss, ey, sorry, aber ich gehe dann nach, worauf ich Bock habe. Also klar, ihr könnt ja gerne reinschreiben, findet da scheiße, findet da doof. Aber dieser Kanal ist kein kommerzieller Let's Play Kanal. Das ist ein reiner, ich habe Bock drauf Kanal. Von daher, ich spiele, worauf ich Lust habe. Schreibt gerne rein, worauf ihr auch besonders viel Lust habt. Dann orientiere ich mich daran ein bisschen. Ansonsten war es das mit dem Update. Ich sehe auch gerade schon, wir sind hier bei zwölf Minuten. Ganz schön viel, ganz schön lang. Aber ich hoffe, das hat ein bisschen euch den Einblick erlaubt. Ich wollte eigentlich immer gerne solche Update-Videos öfter machen. Bin dann aber doch irgendwie nicht so richtig davor gekommen, weil ich auch einfach nicht gerne vor der Kamera bin. Vielleicht machen wir es jetzt aber doch wieder ein bisschen häufiger. Wenn ihr irgendwie allgemeine Fragen habt, dann stellt sie. Da musste ich gerade ein bisschen aufstoßen. Genau, dann stellt sie einfach und dann kann ich die ja irgendwie vielleicht in einem anderen Video mal beantworten. Das war es von meiner Seite aus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao. Wo geht's denn hier aus? Da geht's aus. Wo geht's? Wo geht's?